Guten Abend, meine Damen und Herren, hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. So, wir sind hier gerade bei Central Burgers und wir haben jetzt alle diesen, diesen Burger, Barbecue Burger bestellt, sieht doch schon mega gut aus. Alle, außer der Typ hier drüben. Bei mir gibt es eine klassische Pizza. Genau, das ist nämlich Nicky Studios, vielleicht kennt man ihn auch aus dem ein oder anderen Video von mir. Mit dabei ist übrigens auch noch Waloo. Waloo Heck. Oder der Typ, den man einfach nur kennt, weil er mal halt die Frosse gesagt hat. Und Feinpix Games, der Typ, der gerade die sexy Kamera hat. Der sexy Typ mit der sexy Kamera. Der beste Autofahrer. Und der beste Autofahrer. Und ich habe schon erfahren, er fährt nicht so Auto wie in PlayerUnknown's Battlegrounds. So, wir haben jetzt gegessen. Ja, also ich muss schon, also ich muss sagen, also ich, ich hier, ich hier, ich hier, muss schon sagen, der Burger, Barbecue Burger war echt mega, mega gut. Dazu gab es so, so kleine Kartoffelstückchen mit hier, Tomate und Mayonnaise. Wenn man das zusammen mischt, ist das Pommes Schranke. So, Waloo, Waloo, wie fandest du den Burger? Genial. Geht super lecker. Kann ich nur empfehlen. Sponsoring incoming. So, Feinpix. Ich bin Influencer, ich habe keinen Geld. Das ist, das ist, das ist, warte mal, wieso ich hier, das, das hier, das hier ist das Influencer-Life. Das Influencer-Life. Niklas, wie fandest du die Pizza? Pizza war gut, Apfelschorle schmeckt ja auch sehr gut, alles super. Oh, da fällt mir eine wichtige Frage ein, an einen Piloten, wie wichtig ist es denn wirklich im Flieger den Flugmodus anzuhaben? Im Prinzip kann man den mal auslassen. Wusste ich's doch. Da war ich schon richtig mit meinen Mutmaßungen, ist einfach kackegal. Okay. Dann holt jetzt Feinpix gleich mal seine ganze Ausrüstung, weil der ganze Auftritt wird nämlich gefilmt von Feinpix, von Paul. Ich darf ihn ja nicht Feinpix nennen, weil sonst wird er sauer. Ich hab jetzt schon mal Angst. Sie kommt aus Bildschneid. Ich hab jetzt schon mal Angst. Ich hab jetzt schon mal Angst. Ich hab jetzt noch mal Angst. Also mal Angst. Das ist ja schon mal, das ist ja schon mal geil hier. Ich werde einen Insel wie ich bin. Hey, hey, hey! Hey! Ja, das ist so besser. Ja, das ist so, besser. Ja, das ist so besser. Tschüss. 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 Genau, genau. Wird geil. Ich freu mich nicht. Das ist klar. Um 6. Alles klar, Feindpix zeigt mir jetzt mal seine Kamera, weil er gemein eher so gelacht hat. Also dann pack mal aus, das Ding. Ja, warte ich auch. VHS oder was? Ja. Was ist das? Objektiv. Aber das ist noch nicht alles. Hier kommt ein Griff. Ich habe ein Griff. Okay. Hier Griff und Mikrofon. Ja, warte ab, Alter. Man muss den Gaben hier verwenden. Und ich bin jetzt roh geklappt. Es geht wirklich besprungen. Wir sind jetzt hier drauf. Mal rein. Okay,ажу mal einen OFF von Kanon an die Leute. Also Kanon an die Leute. під Tregon colourends sein whichever ten sollte Sponsoren wollt, ist für euch bereit. Weil wir jetzt schon mal gerade so schön dabei sind, ich habe ja für Finepicks am Nürnberger Flughafen ein Geschenk, ein Präsent mitgebracht. Ja, und das würde ich jetzt gerne mal Ihnen präsentieren. Das ist die Kamera, der kann ja das filmen. Niklas? Lass uns mal beide filmen. Okay. Ich habe für ihn ein Präsent mitgebracht vom Nürnberger Flughafen, weil Finepicks sagte, er würde gerne so einen typisch bayerischen Bierguck haben. Obwohl ich zwar kein Bayer bin, ich bin eben ein Franke, aber ich habe Ihnen was Schönes mitgebracht. Wer will ich das sehen? Vorste Frage. Originale Nürnberger Hüsse. Boah, vielen Dank. Boah, Endstück. Ich hatte ja auch nicht so einen Bierguck auf seiner Seite. Naja, also mit einem Bierguck, da wäre es mir tatsächlich ein bisschen zu unsicher gewesen, weil ich musste eher einen Zwischenstopp in Düsseldorf machen. Wenn ich da so einen Bierguck mitnehme, ich hätte nicht gewusst, ob mir der abgenommen wird. Deswegen bin ich mal safe gegangen. Oh, und jetzt kommen die... Alter! Jetzt ist er ready. Macht ihr nur Mühe? Jetzt ist er ready to fight. Alles klar? Okay, dann arbeite mal gegen mich mal. Ich bin jetzt hier drauf. Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, 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 hey! Wie ist das? Ja, man sieht es hier schon, die Schiene für das Rotpunkt-Visir oder ACOG hier mal. Unten kommt hier noch so ein kleiner Griff dran und wer macht wer davon? Hier kann man halt die Audio einstellen, in GERZE. Genau. Schnellfeuer ist auch reingebaut. Schnellfeuer, da weiß ich in das Magazin alles. Wir sind Influencer, Blogger, Schauspieler, YouTuber und sexy. Das ist ja... David verdient mir das Geld. Also Blogger, Influencer, YouTuber, Schauspieler, Model... Und dann Künstler. Wir sind Künstler. Leidenschaftliche Landwirte. Ja klar. E-Mail-Adresse ist www.nackt-in-küche.de Genau. Nicht die E-Mail, sondern die Web-Adresse. Die Web-Adresse. Die Web-Adresse. Die Web-Adresse kennt ihr uns. Und dann... Booking. Ihr kennt uns Booken. Hinten, vorne, rechts, links. Wir fahren nach Ostern, Sperin. Ihr könnt uns Booken. Und dann Buchen wir uns. Gefällt mir! Nein. Ladies, gentlemen, kommen Sie ran und beobachten diese Show. Denn was Sie jetzt sehen werden, ist einzigartig, sensationell und spektakulär. Da die bei uns nicht versichert sind und keine Versicherung finden, bitte ich Sie, eine kleine Spende auf die Bühne zu werfen. Denn was Sie jetzt sehen werden, ist einzigartig, sensationell und spektakulär. In wenigen Minuten sehen Sie an der Röne-Gitarre David Kukowski aus Zäzirien. Der zweite am Hababas, Luciano Centa aus Uwein. Und noch nie dagewesen, das Todesschlagzeug, das von Easy Guado 2 aus Mexiko präsentiert wird. Kommen Sie wieder an und beobachten diese Show. Denn was Sie jetzt sehen werden, ist einzigartig, sensationell und spektakulär. Hier und jetzt live, vorhaut Hamburg. Ich bin zurück, ja ich bin auf dem Leben. Hat vorher nichts gewesen, doch es war für Tattel. Ich bin zurück, ja ich bin auf dem Leben. Hat vorher nichts gewesen, doch es war für Tattel. Ich bin zurück. Ich bin zurück, ja ich bin zurück. Ich bin zurück, ja ich bin auf dem Leben. Ich bin zurück, ja ich bin zurück. Die Zeit hat vorher nichts gewinnt, doch es ist noch den Tag zurück. Ich bin zurück. Ich bin der, du bin ein Gluter. Ich bin der Loser. Ich bin der sogenannte Loser. Ich bin zurück. Ich bin am Leben. Hat vorher nichts gewinnt, doch es ist noch den Tag zurück. Ich bin zurück. Ja, ich bin am Leben. Hat vorher nichts gewinnt, doch es ist noch den Tag zurück. Ich bin 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 zurück. Unser Schlagzeug hat viel Alkohol getrunken, deswegen kriegt das auf die Reihe. Ich bin zurück. 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 Hallo, Mr. Brain! Hallo, Mr. Brain! So viel Shit versteht! Hallo, Mr. Brain! Hey! So, tschüss, Jungs! Danke, 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 wie alle so gekommen sind. Und auch Maru Eckert! Maru Eckert! Ich bin so geil! Ich bin nicht geil! Ich find das geil! Jetzt kommen die Fischer! Zugabe! 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 Hallo! 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 Wir haben doch eins! Alter! Alter, ich hab grad einen Astbeantrag gekennzeichnet. Wir haben jetzt hier einmal versammelt. Wir haben Valu, wir haben Niki Studios. Mit mir jetzt vier. Wie sieht's aus? Wir vier. Habt ihr Bock? Also ich hätte das Spiel. Also wenn nur du aufnimmst, ist das okay. Ja, auch von mir aus. Mir ist das egal. Ja, dann mach ich mit. Habt ihr Bock? Ich wär dabei. The Forest. Ihr habt's gehört, zuerst auf diesem Channel. Die Crew ist wieder zusammen. The Forest. Sponsert bei Möbel Wikinger. Sponsert bei Möbel Wikinger. Sponsert bei Möbel Wikinger. Sponsert ihn. Sponsert mich. Oder Gucci tut's. Also ich muss schon sagen, diese Plakate, die Sprüche da drauf sind echt nice. Ich weiß nicht, ob man das da hinten lesen kann. Da oben sind noch mehr, aber die kann ich selbst nicht lesen. So ein bisschen einfach ganz normale Beschriftungen. Und hier drüben auch noch. Ja, echt cool. Außerdem cool ist, dass ich heute um 8 Uhr vom Feuermelder in mein Hotel geweckt wurde. Weil, so wie ich mitbekommen hab, irgendein Typ in sein Badezimmer geraucht hat. Leute, tut das nicht. Ich will pennen. So. Einen Strich hab ich noch auf der Kamera. So, ich bin wieder zurück. Ich hab hier auch schon ein paar Sachen in mein Schnittprogramm reingeladen. Ähm, bin gerade ein bisschen dabei zu schneiden. Ähm, den ganzen, den ganzen Vlog. Und ja, der... Was soll ich noch schön sagen? Also der, der Tag gestern, ähm, war echt mega, mega gut. Ähm, viele alte Freunde getroffen. Und, ja. Dann hoffe ich, dass ich sie alle bald wieder seh. Weil, wär auf jeden Fall cool. Ich treff die echt gerne. Macht echt Spaß, mit denen in real life zu quatschen, mit denen zu zocken. Echt mega cool. Äh, schaut auch mal bei denen auf dem Channel, äh, vorbei. Niki Studios. Ich werd die auf jeden Fall alle unten verlinken. Niki Studios, Valu, äh, und, ähm, Feinpix und der Bauer Lutz. Der süße Bauer Lutz. Hahaha. Also, bis zum nächsten Mal. Alles auf Wack und tschüss. Vermaaler dabei. Und, äh,ables runsas. Terminal. Hoang Grieg.